wir werden jetzt zurück bereit hier wir spielen als bodenoffensive für alle die hassan und der wim herzlich willkommen im stream was dann ein abo und ein like da würde mich auf jeden fall freuen wir schwirma bodenoffensive ich habe jetzt leider im titel abo zocken eigentlich wollte ich das jetzt ungern machen aber können wir natürlich machen weil ich habe gerade bock auf diesen creative modus da wo bei hunter und prop sind weißt du was ich meine ich war immer nicht weil ich mein fuß gebrochen habe bin im krankenhaus aha ich kann keine musik werden die übertragen okay ja wenn die gabe das bei ihr also wenn das bei jemals lecker hier hassan ich wünsche dir eine gute besserung auf dem krankenhaus ich habe im krankenhaus ich habe auch mein gott und holz im barb und mal kurz das ist danke kein ding Wo willst du hin leveln? Lass mal versuchen um viele Kills zu machen als du, Fortnite mit Tickler, DIGGA, danke dafür So levin jetzt wirst du vielleicht aufrufe kriegen so ich habe schaut bei levin mal rein das war meine ich kann ja womit soll ich mit der mit der spitze geschießen oder verbände kann verbände schmeißen stimmt das gar nicht ich hole die wir spielen nur boden offensiv ich wundere mich gerade warum ich nur 20 mits haben kann levin komm ich kann uns voll mits machen wir empfohlen ich wohnt mit seiner so der ist voll dumm Ligger ein zu so ja dann komm komm levin wo bist du ich hab mal runter hier wieso schon mehr Minis DIGGA komm dann bin ich mir jetzt alleine DIGGA ich finde keine Waffen das ist ein bisschen kritisch hier schon voll sniper Monique DIGGA wenn du noch eine Waffe kannst du mich grüßen der beim Erdogan ich grüße dich ne ich habe immer noch keine Waffe ich habe keine eine Waffe ja jetzt habe ich gerade eine Waffe und jetzt kann ich kaum Ligger ich bin halt hier ich habe vorher eingetrofft ich habe auswürgen die Beine überhaupt gemacht ich habe schon gesagt ich habe schon zu gerne es hat sich okay ich bin gerade ich bin von hier auf jeden Fall ja der war bei euch bei euch bei euch er will kaputt schießen er trifft so einfach mann er hat wieder schild bekommen im modus bock wenn ich mit so einem headshot hätte jetzt hättest du sehen müssen ich wollte erst die mini zu nehmen und dann habe ich mir vom body job gemacht und in die reingesprungen also keine metz mehr tsm unterstrich 62 draußen kürzen aus müssen ja ist da game flex wurden auf die lüge alter hat er nicht gemacht digga wer hat er nicht gemacht digga lion digga guck mal bei dir im rhein level was das für ein modus ja steht aber nicht im chat schreibt man was rein ich mache ich mod oder nicht blockiert ich kommt sofort noch hier nicht doch das aus meinem stream und gibt den dislike hast du mich jetzt gemacht ja eigentlich nein ja doch denn das ist ein leichter hier kommt das bei beise mache ich auch jedes mal digga bei youtube macht man das halt bei instagram ist gar nicht witzig der jahre muss benster machst gar nicht jetzt eben noch auf ins da hast du schon mal werbung für den kanal für youtube auf insta natürlich ja ich hab da auch mein code drin du musst einfach nur den auf diesen link klicken und dann ja nein mich auch nicht also hier gibt es aber wenig waffen wenn der muss oder eben entzielt habe ich in einem haus noch eine waffe gefunden aber es gibt hier glaube ich naja man kann insgesamt 100 metz haben also sie mal bauen kann 30 und 20 obwohl mit schon geil dass ich irgendwie hier ist ja gelandet ja machen kann ich dich erden ja warte schreibt man meinen namen rein hier ist ja wichtig ne ich schieße ich gehe auf mein ok war ich bin ein versager und das macht mich aus mein kopf ist das war eine werte egal steht auf einmal in mir drin hoffentlich hat er hoffentlich guckt mir niemand im stream zu dann schon zähne ich habe also sind wir eigentlich generell zu schauen aber kann ich das war jetzt hinten zu den gegner bitte war mal raus hier ich bin jetzt haben wir doch sei jetzt drauf seine mit zu verschwinden kennst du hallo hallo kenne ich nicht hier ist noch eine piste für dich bogey den erweitens und darum darauf zu bauen wird man die ganze netz was ich gehe einfach hier den weg hoch als wendiger von jetzt mal wieder das binder zu spiel was ich gehe mit die neue klasse und heute ist etwas schlimmes passiert du bist armin krebsmond bist du armin schreibt mal in die schreibt man den chat bitte aber es kann davon ist wie kann sag mal wer du bist wenn der meine klasse geht so schlecht denn schreiben ist kannst du nicht jahre jannis oder erik sein krebsmond klingt nach krepp und rave und erik mag krepp rave oder sind noch welche wir haben ja richtiges bild bälle gemacht oder lassen wir den sohn ich lieb das geld du so alter war ja was soll doch die wachsen lang ich kann nicht mal die munition aufnehmen und die wache ich glaubte keine farm kann sogar das war meine eigene muni der muss ich dir von mir selber kann ich dein freund hätten können wir spot spielen ja kannst du der heißt so in game level das hat man noch ohne bauen schaffen können ja rechts von uns dann glaube ich welche echt nicht große ecken ja 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 ich habe mich hier vor dem turnier machen würde ne das wäre so geil von bodenoffensive da können die pros gar nicht ohne witz das können die pros gar nicht ja doch wenn wenn ich den gegner tot weil wir haben so krass ist das team was am meisten kämpft gewinnt von da ja in main main ich sehe es nicht ja doch unten ich sehe es ja nicht dazu ein weg mit 20 auf einem ich gehe in den kanal weißt du welche etagen die grad sind zufällig ich will ich genau einen das kann wieder gar nichts mitnehmen hier oder macht keiner mit 99 leben hier ist noch ein paar die geld kommt weg ich kann 99 leben guck mal oben oben sieht man auch aber ich kann mir einfach kein nett gibt es dann falsch an gleich kann es trotzdem nicht gerne aus der fang oder vorken in europa befreundlich ankommen jetzt kann ich sagen ja dann guck mal was ich mache ich krieg der frau gerade jedes mal nach schreien digga guck ja dann guck mal ich bin schon frei nein place oder ja das wird was geht gut dir das geht gerade alles wie immer wie viel snipe harmonie hast du da unten liegt noch welche ja nein ich kann ihn nicht mehr als 15 mitnehmen ich habe auch so viel wie möglich sind noch also 16 schuss insgesamt ich schieße mich irgendwo ich habe sie mit dem roller rollerball lol 11 ist gerade weggepackt worden bisschen jetzt herrnho haha 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 hier auch hallo hallo jetzt machen wir noch mal ausmachen probier es aus jetzt mal gegner sind da vorne schon sollen wir die pushen ja da sind die ich wusste jetzt einer war das heißt er von wenn man laser kann man sich halt behindert ein törte da unten wird ein jetzt passiert wo ich komme und nun der erste beste ich kann ihnen kein stangen ja und ich habe es immer noch nicht gemerkt ja ich habe auch keine netz mehr müssen oder man ich habe doch so ganz schön gehabt aber das lag an dir weil du einfach wieder laberst 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 mal normal oder zacky zeig den leuten dass du renegade hast zacky join mal rein zeig den leuten dass du renegade hast habe ich doch ja und mutlaufen guck und stream bei mir steht du so gut mit axel ja was ich das nein guck doch einfach ein stream man muss es aber drehen nein ich habe jetzt bin ich in die afl Dersen. Dürfen wie mitzocken, ja? Joint mal rein jetzt aber. Lass ein Abo da und joint mal rein bitte. Mach mir mal so ein Abo da. Oh, ich hab dich gekickt bruh. Hä? Ich kann nichts machen. Lass noch mal kurz... Ja, ich kann... Es lädt gerade. Ich kann nichts machen gerade. Oh Gott, du bist doch einfach ready. Wann kann ich doch nicht, du Spasti? Verlass doch jetzt Skrupel. Ach so. Ach so. Jetzt lädt es, glaube ich. Was ist denn das für ein Shit, Alter? Ja, Mann, kann doch schön. Ah, halt, ich bin bei dir drin, ja bin ich. Ja, lass den noch mal raus. Ja, lass den noch mal raus. Schau. Ich muss den noch am Bein bringen. Nein, ich bin rein, hey? Na, ich bin rein, hey? Na, nur hin. Wie soll's? Ja, ich krieg den Angst, Alter. Kannst du mich gleich einladen? Kannst du auch sehr gut spielen? Ja, kann ich. Äh. Ich spiel, oder? Mhm. Kannst du auch kreativ spielen? Ja, wenn du mir mal beitreten würdest. Ich bin doch in deine... Oh, Mann. Nein, ich bin nicht. Nein, ich bin bei dir in den Ausdrücken reingesort, in kreativ. Yes. Alter, wie spiel denn das? Ich hab verhandelt. Lass alle ein Abo und ein Like da. Hi, Chalker, Angela. Lass ein Abo und ein Like da. Ja. Der, der, der. Du wolltest letzte Chance World Cup sich zu qualifizieren, ne? Ja, Digga, trittst du jetzt noch bei? Ich hab grad verlassen. Shit. Okay. Modo Creativo möchtest du spielen, ne? Zeig dir mal bitte alle bei. Kannst du mal bitte deinen Fortnite-Namen buchstabieren? T-X-L-E-R-L-E-T-S-P-L-A-Y. Nein, guck einfach den Chat. Ey, könnt ihr meinen Kanal abonnieren? Zocker, natürlich, Digga. Alter, Digga, warte, warte. Da muss ich noch was machen eben, Levin. Hier steht nämlich wegen Werbung und so. Steht halt anzeigen oder ausblenden. Ich, äh, drück natürlich auf Anzeigen. Digga, wahrscheinlich siehst du aus, oder? Ungewünschte Meldung. Erstmal gemeldet und vom Streamverband. Digga, gönn dir, Digga. Gönnt euch was im Leben. Halt's im Maul, hui. Sollen wir spielen? Ich hoffe, wir müssen das wenigstens zu drin sein. Hätt jetzt noch was Neues drin. Jetzt mach's noch mal kurz. So lange bist du mit dem Panther. Ich mach schon mal Propp Hunter, ja. Ich, ich möchte mich eh nur verbessern. Du gewinnst eh. Okay. Aber ist mir egal. Ja. Ist auch eigentlich gut für dich. Du spielst gegen ein ganz bisschen besseres. Aber auch nicht ganz. Ganz bisschen. Guck, dass du so früh starten kannst, wenn man. Jetzt ist der so ein gründiger Forschen. Wir, wir spielen jetzt fünf Minuten einfach kreativ. Egal was los ist. Egal was kommt. Aber spiel doch mal wie kommen willst, weil sonst kannst du nur wieder vorstehen, oder? Soll ich mal krassen Loot spielen? Schwinge mit Minis. Einen Minis. Einen Minis und drei Waffen, oder? Ja. Ja, die Minis hast du auch auf eine super Zeit. Lass mal eins gegen eins. Ich mach immer noch kein eins versus eins. Nur gegen meine Freunde, die ich höchstpersönlich kenne. Meinen Minis, ne? Die Kampi machst. Kann's losgehen. Wenn du mich runter schießt, bist du ein Spaß? Die, ne? Die Kampi machst. Kann's losgehen? Wenn du mich runter schießt, bist du ein Spaß? Die, ne? Mann. Ich hab auch noch keinen Tricks genommen, bei dir, ey. Weil das lecker. Lecker. Gönn dir erstmal Minis, ne? Nee. 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 Nice, das Endro. Ja, Junge. Das war so ein Predict Shot, ne? Mann, ich hab mich nicht geduckt. Schossen. Oh Mann, ich duck mich nie. Doch, du warst nur geduckt, gerade bei mir. Ehrenmann. Ey, ey, ich muss mich nicht ducken und dann konnte mich schießen. Willst du eins zu sein so krank? Ey, ich wusste es nämlich. Ey, ich hab dir eben gesagt. Ich spiel's gerade gegen den besten Kampfhochspieler der Welt. Wenn du einen besseren kennst, sagt mir. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich glaub, er kann sogar back-tated everdien. Ja. Ach so. ja nicht ja kein das hat er eben nicht bedruckt das war so geil dass du da die Töcke ich habe mich runter geschossen jetzt kommen her hier eben trickshot versuche hier sind die worte ich habe ja sagt das doch das ist jetzt unfair ich habe immer noch gesagt dass es aber ein bisschen ist hat sie vorhin und hier ist ein diener geben kann man den stuhl endlich der abend drauf geraten ein spaß alina 3 willkommen nach wie levin springen bitte runter kommt trotzdem jetzt mal runter das war so nachschauen war herz und aber glaube ich nein ich habe die ganze zeit und der beste kampfer spieler der welt zu mir runter kommen dann vielleicht herkommen oder was ich spüre ohne sniper warum fällt mir das gar nicht auf das war eine mission ich wusste nicht dass du mich sehen kannst das war ja anders ich hatte mich geduckt hä lol Es kann nicht so weit geben. No way, der Geruch. ich hatte 19 glaube ich von den plus 50 leben an haus ja der war sogar ganz schön close ich hab gedacht die felsen über die hier rein ja ich bin so schlecht manchmal nicht können der mann er baut einfach nicht egal weil ich gerade im edit war bekommst du mich die schlüsse mit vier waffen doch oder ja ja er kommt und das ist gar nicht so dass ich steinstoß oder er hätte stein ich habe steinstoß mp haben jetzt die wir uns da hatten weniger runter mit ihr nein was ich schießt gegen die wand ja kommen wo war als centro nein doch ja wohl weil centro heißt ja zurück zum kreativzentrum ich werde hier eine andere map reingemacht digga komm mal nicht hier rein jetzt kannst du nicht mehr hier und momentan einfach lädt aber ich glaube dass hier ist kein anderer lassen wir versuchen ob das zu zweit geht einfach hallo schocker angelo hallo willkommen ich muss machen lassen mit zehn sekunden tanztipp machen soll ich in dem moment aufschießen wo das tor aufgeht das war krass aus die kraft du kannst mich gar nicht so finden siehst du mich der ja das ist zu p alter freil ich die ganze zeit ich die Ich pfeife, ne? Ja, wow, ich höre ich keine Schüsse. Hast du mich schon mal gesehen? Nein, ich höre dich nicht. Du bist auch in der Nähe, aber... Du bist auch in dem Haus, glaube ich, die ganze Zeit. Du bist im Haus? Ja. Auch im Farmhaus, oder? Ja, ich habe hier nur noch... Ja, ich habe jetzt noch ein paar Mal gesehen. Ich habe das mal gesehen, das hat mir nicht mehr gehört. Du bist noch nicht da. Ah, nein. Nein! Warum? Ich habe nichts von dir. Ich habe nichts von dir. Jetzt kann ich mal kurz. Ich kann hier nicht durch, Digga. War ich immer noch nicht auf deiner Etage? Äh, äh. Hehehe, Digga, dass irgendjemand noch den stream sehen sollte, Digga. soll ich bei zehn sekunden rauskommen ich weiß nicht ich weiß wo du bist hier hinter aber ich kann ich nicht hätten aber krass digga hätte ich nicht gepfiffen jetzt ist mir ganz was andere spielen zweit macht es keinen bock doch nein doch levin ich hab ein ultra krasses versteck digga das ist einfach so krass digga da wirst du ausrasten alter der das hier wäre so mies das würde dir nicht auffallen auch die ich hab den ja schon wende gehabt wie gesagt wollen wir ohne streng zu bleiben machen mein bester freund wird fast und mäht ja sag mal den anfangs buchstaben vom namen ich rede gerade mit dem aus dem stream was soll ich sagen wir sind ist im haus ja im pharma haus ich hab halt bei dir eben noch die streams night zum schluss ich weiß dass du war nicht das macht man das was aber nur die letzten zehn sekunden machen ich hab über dem beden ich hab die ich hab die Ich hab's nicht so gut gemacht, oder? das habe ich nicht verraten egal bist du bin ich auf deiner tasche das ist für zwei minuten ich sage jedenfalls ob du schon mal in meiner etage warst okay oder bist ja warst du oder bist du jetzt gerade das sage ich erst nach einer minute aber dann musst du mal fragen der du hast auch gleich keine erbungen mehr oder ja du bist auf die tante alter net das ist so laut die schüsse die ganze zeit gefühlt hat sich selber mit einer boogie bomb abgeschmissen gerade stand auch schon mal neben mir und ich habe mich neben die gedreht hallo hallo ich will mir fangen hallo Ich bin so klein, Digga, man kann einfach gar nichts machen. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Was sollen wir machen? Lass es auf meine Welt wieder, oder? Levin, ich komme gleich wieder, ich muss immer wieder meine Gänse rausbringen. Was hier im Warten sagt, dass alle reinsteunen können, die wollen. Ich komme gleich wieder. Okay, ich bin so klein, ich bin so klein, ich bin so klein, ich bin so klein. Ich bin so klein, ich bin so klein, ich bin so klein. Ich bin so klein, ich bin so klein. Das ist ja das magicisch. Nice Beste Schatz Okay. 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 Entschuldigung. Hallo. Bin wieder da. Levin. Levin? Joinst du in deine Map? Ja. Gib mir auf wenigstens recht, Alter. Da waren noch ganz paar Fights und dann... Mit wem spielst du denn? Was? Ich bin mit jemandem. Ich muss dann mit so nem... ... so nem Bruder hat... ... Abschlussfest. Werde gestern... ... Abschlussfest. Ich bin heute Abschlussfest. Der ist im Kindergarten. Ist er jetzt nicht mehr im Kindergarten? Gestern konnte man Pizza abschlauben. Was konnte man abschlauben? Äh... Pizza. Fressag, Alter. Guck mal, warte mal. Guck mal, was ich hab anhaft. Wenn ich die Mini einsammle, dann... ... geht der direkt nach ganz außen. Zeig noch mal. Und jetzt, guck mal, dass gedrückt halt... Ist er auch, ist die auf der 1? Zeigen mal! Ja lap egal aber das kann man einstellen meinetwegen ich kann die wand halt nicht abbauen behindert kann ich gleich mitmachen ja immer noch jeder darf mitspielen ja das war einfach nur weil ich einmal nicht geschossen habe warte mal ganz kurz warten damit es gleich stehen ja das ist doch ein bug alter dass ich sniper gar nichts mehr trifft ja natürlich kannst du mich hinten wenn ich dich nicht mal sehen kann ich habe immer noch zwei ich habe oben in der luft hitmacher bekommen nein zu machen ja das ist lag alter das ist absolutes lag auf dem eigenen schießen wir das einfach nur auf dem ground schießen dass es nichts mehr können ich gehe mal auf das andere teil ich gehe mal auf das andere rote teil so probiert auf und 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 Aber man muss gesucht sein, safe, oder? Hä? Ich hab den Schwabe anfangs gedruckt. Kann sein, dass ich dann schon bald bin. Ich hab den Mann gesagt, was blöd ich denn auch mal. Egal, ich bin so bad, ich... Geh doch jetzt einfach auf das rote Teil mal. Du musst mal im Stream gucken, was ich mache. Guck mal im Stream, was ich mache. Digga, absolut schreckt, oder? Digga, hä? Digga, es ist doch so behindert, ne? Du spielst so wie das schlechteste Spiel auf der Welt. Du kennst die ganze Zeit in deinem Töp. Ja, Digga, ich hab immer noch was versucht, aber du machst es ja nie. Was hast du denn versucht? Mann, ich sag, jedes Mal geh auf das rote Teil. Oh. Auf das andere. Ja, nein, hab ich da nicht. Ich geh auf das andere immer noch. Oh. Oh. Ja. Ich bin die Tänke, das. Ich bin die Tänke, da. bekommst du ja gar nicht bewegen oder um 17 Uhr fahr ich los und du musst mich richtig beeilen ich muss mir 3,50 geben das ist dann wieder nur so ein dicker edit-ertyp den alter wieder edit ist so gehindert ne der erste edit-ertyp den mach ich immer ja jetzt die kohle Komm mal, komm mal hier rein in mein Bumsloch. Ich hab mich geschossen. Dann schießt auch weiter nicht, oder was soll das jetzt heißen? Kann so ein Schot nicht drauf sein, Digga. In der man nicht drauf ist, Alter. Hä, baut er nicht! Ja, baut überall anders. Komm, dann hau ich ab, Alter. Komm runter. Hä? 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 Ich hab's mal gesehen. Hä, es leckt! Wer leckt denn? Ich leck gerade nichts. Ich leck. Ich leck. Ja? Gott. Ich leck und ich leck. Höchst. Ich leck und ich leck. show zwei. Ich leck. haha ich hätte nicht treffen können ja aber hast du nicht getan oder was ich hab nicht geschossen ja dieses kaputt schießen möchtest du spaß die ganze zeit von langen hier warten schon so wohl mir drei gesagt haben ernst ich sehe ich heute mal nicht die spielzahl aus uns geht mein erst der übelst rausstechen und du spielst so einen schwarzen also du willst ja was ist nix die ganze zeit nicht mal gekommen der die hast du auch nicht man kann ich jetzt schon mal aufgehen gott sei dank ich habe level aus der partie gekickt das kann der fahrer hat gewonnen das können scheiße nein wir haben uns ein bisschen länger angestellt kommt die vorwärts oder nicht ja ich komme jetzt spiel mal noch oder so ich spiele eine runde solo schaffe ich spiel kommt ich bin immer noch vor dir Ich hab noch mit Abstand die schnellste Runde. Niko 92, wie zur Hölle hat so ein Noob über 200 Abos. Ähm, weißt du was, wie zur Hölle kann so einer einfach das Zeichen von Get On My Level faken, erstmal ein Screenshot von machen, das erstmal an YouTube schicken, dann warte mir, muss ich dir ja noch melden, ne? Ähm, melden? Ich, äh, wächst mein Bilderbildschirm dauernd irgendwie. So, gemeldet, gönn dir, Digga, sowas gönnt man sich doch, oder? Wuhuuu. Oh my god, no. Ey, Max, wir haben Bio, äh, wir haben am Montag erste Stunde Bio mit Frau Gehelmi. Also, ich streame, ne, für euch, falls euch interessiert. Hallo? 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 Ne, wir haben einen Montag erst dabei. Ne? Digga, was hat der für'n Aim, Digga? Ja, Digga, ich hab vergessen, ihn zu melden. So 100 Euro drauf, ein Hacker. Kann mir jetzt keiner sagen. Ich geh nur mal kurz runter. Ja, ich stehe vor Ort. Dancing Queen, only free of mine. In my mind, in my head, go sucky. Machi, tacky. Go, oh, sucky. Hey. Every time we need to be prepared option over. Every option over. Dein Aim ist einfach schlecht. Ach, Digga, das ist doch so traurig, Digga, wenn man dreimal gemeldet will. Okay. Ja, cool, das ist cool. Okay. Okay. Das. Das. Lamy war mal ein krasser Skinfreundlich. Welcher Skin? Lama. Dieses, äh, da, da, Jerome mit einem Lama. Animate. Da! 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 Max? Da! 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 Oh I'm too spamming Da! 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 Das ist schon so 66. Regulieren wir bei? Wie lange ist da denn weg, Alter? Wie lange ist das? Ja. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich bin heute zum ersten Mal in Forbner. Wie bitte? Ich bin heute zum ersten Mal in Forbner. Okay, nice. Das ist doch unheimlich. Ich bin Uladine, also noch rein starten wollen. Oh mein Gott, es ist ein realer Renegade Radar. Bitte in die Gruppe. Yes, man. Yes, man. Oh, das ist doch. Sorry, sorry, minst du. Wuhh! Der 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 hast du kommentare anzeigen anmacht ich mache das über mein laptop das ist hier hast du neid bohrt riemann lebt magst mit jahre zocken deutsch so das habe ich das habe ich so zack und jetzt Ich benutze immer den gleichen Titel, du auch? Mhm. Wo waren wir? Wo waren wir? Äh, Spiegel! Die wort? Das hattest du mir an? Ja? What did I tell myself that's what you wereностью? Hie, who you asked me? ich das machen darf jetzt hast du das so krass markieren können digga legende fabi ich land da eine zeit nicht mal aufgefallen ist dann damals ganz schön so soll es laufen er kennt mich mit zwei headshots oder für mich mit zwei headshots ja auch immer mag es dann bei der gegner ich guck mal max zu ja ich habe ich glaube ich schaffe das nämlich sonst nicht ja ja komm verarschen kann ich mich alleine alter die tech ist die schlechteste waffe in game der gegner ist der behinderte alter hat wieder zwei leben und der andere schießt durch ein fenster alter schmeißt beide teile immer auf dem boden max ja der gegner ist auch wieder eine winz behinderten gegner die uns gibt als 34 leben der spaß die das könnte sich wahrscheinlich lagerfeuer schmeißt doch das teile schnell auf den boden max beide beide sonst die kennen dich eh deswegen sonst kriegen da die davon die leben halt weißt du mal max weiter schmeißen die haben sich doch okay ja das ist jetzt das wird jetzt verbau alles damit die kann im jetzt mehr kriegen ja ich hab nix bekommen und wo ist der behinderte typ wieder jahren alle wieder voll leben mein 18 stunden eineinhalb stunden streams der hat 217 aufrufe ergibt sich die politischen von 51 stunden einspüren der wahrscheinlich du juckst schon auch seit einer stunde glaube ich das macht kein spaß das mache ich die karten bitte okay das macht keinen spaß ich bin dort den stream da gerade laufen bei ihm ist sofort automobilen daten jetzt raus wie ich hasse alter wir werden wir sterben als erstes also am anfang ich habe mich ja richtig bock eine eigene map zu bauen oder so ich weiß nicht warum ich weiß aber nicht von was also für was ich bin family ja auch keine wache ich habe eine wasser ja mann jetzt so viel lang in seinem leben ja haupt darauf sind es gehe da will man den sieg ich nicht so mag ich guck mal mir zu ich habe mich auch 6 6 spaß alter Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Okay. Oh, ich feiere auch. Okay, okay. Alter, diese Chips sind so geil. Welche? Chips? Ja, einfach so ne... Ich hätte so ne Billigmarke von Aldi. Achso. Ey, das ist von mir. Das reicht mir. Ah! Heute ist Freitag, ne? Hm? Wie bitte? Heute ist Freitag, ne? Ja. Jetzt bin ich mal Isa, Alter. Ich bin so komplett behindert auf dem Controller. Erst mal kämpfen, ne Runde. Ja, wollte ich ja, aber irgendwer von euch wollte ja woanders. Komm, das Ding. Alter. Lucky. Und dann... Stereo Lucky Days. Du, du, du. Bei Lucky haben wir mehr Lack. Aha, aha, aha. Aha, 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 aha. Aha, 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 aha. Das kann man ja gut ins Cover. Come on, jetzt kommt das. Hier spielst du mit ne ganz selbe Runde auf Wind. Ja, hab ich ja eben schon gesagt. Aber Max wollte natürlich Fadel. Hey, du wolltest Fadel, du kleiner Goose. Jetzt laber nicht, Digga. Junge, Fabian, ey. Du Fabian. Danke. Pixel King, hi. Hi, Pixel Gun. I'm the guy from the Fortnite. Armin, du sollst in die Partei dazu gucken. Guck bei mir zu. Like these, da, danke. Schon drei Dislikes, Mann. Läuft hier ja mal richtig, Alter. Mehr rum. Machst du Spaß? Hallo, das ist meine Haus hier, hallo. Du hast mir doch grad die Pank geklaut, Mann. Hä? Komm, dann mach du oben, ich mach unten. Du willst mich jetzt verarschen, oder was? Hast du doch schon oben alles durchgelutet? Ich verschen und dabei. Die so ne Truhe. Ja, ja, Digga, komm. Du hast wenigstens die Minis bekommen. Gib mir aber einen davon an. Nee. Gib mir sogar eine Pistel hier, Alter. Maschine. Maschallah. Maschallah. Dieser Bruder Siegsbergisa. Ich habe hier schon wieder auf dem Stream gequittelt. Ehrenmann. Sorbete kennt man als Kniete. Max, was heißt Sorbete? Auf deutsch? Sorbete, keine Ahnung. Schlürfsaft. Also, ich hab noch gar keinen genug. Äh, gar keinen. Ja, ich hab einfach nur eine Sorbete getrun. Als zwei die sich war, Alter. Ja, wow. Wieder richtig geil. Scheiße, Alter. Ich bin noch da. Achso. Pixi, Gang, Heidi. Schwanisch, oh mein Lieblingsfach. Hoch die Hände. Wir haben noch Wochenende. Hoch die Hände. Genau. Es geht in die letzte, nee, in die vorletzte Woche Schule, ne? Aber in die letzte ganze Woche Schule geht's, ne? Ja. Ja, achso. Ich hab mir die ja gestohlen des Junge, ja so ausgerastet hier. Ja, ja, ja... Ich hätte sie auch nicht gegeben, weil das ist. Die bin ich ehrlich erfahren. Ja, komm, aber nicht, Digga hau ab. ich habe aber gar kein ps plus egal man hat doch safe ja er spielt black ops max mein pc läuft am 2 ich bin nicht enttäuscht dass es kurzfristig gehen es ist so mit ihr gut sie die neues oder was war wie wir haben überlebt überlegt schon ob er sich denn doch lieber nicht die ps5 kauft mein vater gesagt also er hat sich den bericht durchgelesen alle spiele von ps4 kann man auch auf der ps5 spielte alle spiele die gekauft hast du kannst du wieder auf der ps5 weiterspielen ja vorhanden wäre jetzt auch ein weltwunder wenn das nicht gehen würde ja man teiler ich meine jetzt zum beispiel wie formel 1 oder so ja man auch die spielstelle ja wenn du dich wieder mit dem psd account anmeldet sind ja das sind aber ja den kenne ich glaube ich noch weil ich muss der namen ändern kommen die ganze system war noch ein witz also ich bin sechs mal umgeklärt wer will bei mir mitfahren ich warum bekomme ich denn in der situation falsch oder ganz ähnlich hat man überhaupt nicht ich habe 200 hp und du so und schräg fahren wir wollten auf safe spielen was machen wir jetzt ohne fliegen die farbe hat auch gedacht er überholt und die gab es etwas verliert die gab es teilen was die eine million die schaffen wir noch und jetzt geht es nicht mehr der stelle immer vor sie ist jetzt ausgestiegen als 6 millionen falsch schaden alter ich wollte gerade schon wieder machen farbis noch in feld max guck mal was sie alles kann und das geht doch nicht du bist so ein dolly ich habe ja war das ein trick von mir nicht absteigen ich bin hier noch drauf ich bin doch schon tot vor allem warum es bleibt von derzeit vierer sport war nicht so traurig vor allem die haben halt alle sniper er konnte so schnell wie sniper nachladen und jetzt müssen wir wieder farb in zukunft ja noch nicht mal in der zone ist alter kam es stirbt kaum rad habe ich scheiß reinkommen da wird uns jetzt verarschen oder gott sei dank haben sie max zuerst gefinischt ich war es magst du schaffst das eh wenn jetzt noch 20 sekunden wären hättest du es geschafft auch noch es sei denn farb ich muss noch irgendwo looten man das schafft er eh er hat noch eh noch 30 sekunden das sind aber die leute wir wollen diesen wir können einfach hin ja anstatt dass man baut oder so das war meine fabi fabi hat voll reingekackt mann nein schwarz hab jetzt neben mir stehen mit ner shop dann bro es geht nicht ich kann dich nicht adden man ich hab dich doch schon geädit mit diesem bro teile den stream teile ihn an freunde eva can do go going i'm dancing my ways is a deep in my ways to die und erstmal kreativ alter ich will irgendwas bauen warte ich lass mal wieder den modus von vorhin spielen max weißt du noch ich habe es nicht bekommen 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 TSMF darf so ja so ist es geschrieben ja so ist es geschrieben max ich glaube ich komme morgen schützen fest ja vielleicht ok make that du kannst auch zu mir kommen wir gehen mit zusammen hin das ist wichtig hier komm mal warte die map ist nicht da Max das ist die nicht da ist schon fast reingesprungen ne ja das hier ist die map alle rein alle rein jetzt victory magistra victory magistra victory magistra victory magistra victory magistra max hast du schon mal fortnite youtube angeguckt was habe ich fortnite geguckt auf youtube ja ich starte ne controllen hier angeht die netz die hier schwingte schwingte die schwingte die und das die 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 Wenn Max mich findet, ist er krass. Ich pack am Boden. Hallo, Fabian! Ohne Stream snipen. Fabi, guck mal. Komm mal mit, Fabi, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal, geh da auch hin, Alter. Nein, ich hab ein anderes Versteck. Ich hör was. Ich glitsch hier drin. Halte mal die Schnauze kurz. Mein Tyler! Ich guck jetzt Max im Screen zu, oder? Ich nicht, sonst spendier ich ihm aufrufe und das darf ich nicht machen, Alter. Nein, Spaß. Max, die gibt's natürlich mal wieder nicht. Und warum findest du mich immer nicht? Weiß ich nicht. Ich finde mich immer direkt. Du bist sicher. Da ist er an mir vorbeigelaufen. Ja, Max ist geradeaus ne Tür gegangen bei mir. Und dann geht er jetzt leuchten die Tür rein. Nein. Nee. Er schießt mal alles um zu. Oh. Digga, wo seid ihr denn? Digga, Tyler, das war knapp mit dem... Also... Der wird mich nicht finden, Fabian. Ja, ist mein Stream beendet? Nee. Bei mir stream ich gar nicht mehr. Oh, Bradiger. Der wird mich nicht finden, das ist unmöglich. Hast du Custom Code? Äh, ich habe es nicht begonnen. Egal. Hast du Custom Code? Äh, Code? Nein, hab ich leider noch nicht. Und Creator Code auch noch nicht. Wenn ich 1000 Abos habe auf YouTube und auf... Äh, und... Ja, dann mach ich Creator Code direkt. Nein, ich mach ich da rein. Äh, Paylink. Und ich mach Custom Games. Ja, der Max, du hast eh keine Chance, Sänger. Fabian hat er die Show gefunden? Nee. Ich hab ihn bis jetzt nur dreimal gesehen. Ach, 0. Jetzt höre ich dann das Debs. Oh. Ja. Oh, da hab ich nichts gesehen, Max. Kann ich zurück? Ja. Kann ich mehr springen, Digga. Wo schlägst du denn gegen Karton machst? Kleine Wechsel. Bist du hier? Nö. Also, du warst schon mal einen Meter neben dir. Ich tanze auch mal du. Digga, wo bist du denn? Ah, was? Ich bin nicht in diesem Raum. In der Küche. In der Küche? Nee, bin ich nicht. Max hört mich halt nicht, ne? Ich pfeife die ganze Zeit. Ach, Moin, Max. Da rennt er wieder raus. Max, geh mal in das andere Zimmer, wo ganz viele Kartons an der Seite sind. Oh, Leute, Mann, ich bin überfordert. Ja, mach mal in das Zimmer. Da bin ich, hallo! Alter, das bin ich in das Irgend. Ich höre mich jetzt. Ich höre mich nicht. Haha, die Kunde zu Ende. Anstatt, dass du schon mit einem Bumbo rauf gehst! Ach soo! Ich bin so schluss noch direkt im Wachsgesicht gelaufen. Vor allem, ich konnte halt nicht mehr springen, das war voll behindert, Alter. Oh, Fabi, jetzt sind wir weit. Sind wir jetzt zu zweit? Ja. Warte, Fabi, ich denze den auch. Memble Game, lol, hallo. Warte, warte, Fabi, schieß mal mit mir da gegen das Teil, wenn das aufgehen soll. Stell dich mal da hin. Okay, in zehn Sekunden schießen wir, okay? Okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins. So, dann kann ich mal ein Teil des Spiels gehen. Ich hätte mich versteckt. Beide zu schmied geschossen, Digga. Ich suche erstmal Wurdenfeuer. Max, hörst du mich? Hört ihr mich noch? Hm, ja, das hängt sehr gut. Guck ich mal einen Teil dazu. Ich bin eigentlich auch ganz gut versteckt. Also, unten in der roten Scheune ist der Ort. Nee, unten in der roten Scheune ist der Ort. Ich guck dir mit dem Zutaten an, im Stream. Ja. Erstmal like, natürlich. Ja, an der roten Scheune ist der, glaube ich, nicht. Ich habe dir vorbeisenden Kommentare geschrieben. Ich weiß, Game, lol. Also, ich glaube, er kann Pharma-Haus nicht sein, weil man hier nichts hört. Er ist irgendwo bei mir. Okay, danke. Glaube ich. Ja. Welcher hier war das? Der ist hier. Irgendwas kleines. Wow, der ist. Hallo, Max. Ich weiß nicht, ich habe keine Boogie-Bombs mehr. Ich weiß nicht, ich habe keine Boogie-Bombs mehr. Ich weiß nicht. Gerct desirest. Der aufmerknecht ist leider jetzt gesperrt. Stumm dich jetzt einfach. das ist kein spielmodus das so ein kreativ spielmodus oh mein gott digga ich habe ihn jetzt gerade gefunden glaube ich ja aber guck mal fabi wo ich bin kommt schon drei sekunden gar nichts erst nicht ich sage mal so jetzt für die letzten fünf sekunden ich bin nicht in der scheune aber doch nicht dahinter habe ich doch eine boge und ich hatte ich gefunden oder verpiss dich jetzt auch mal man back so weg nur ist ein video gezeigt gucken dass ich an sonst kriegt mich hier oder zwei mexen aufruf körper wo es was ganz kleines als gegenstand war doch mal das hier dann mache ich nein mache ich einfach den move digga oder der ist zu fies glaube ich mach den einfach das ist jetzt schon wieder langweilig alter die ich komme gleich wieder ne der fabian gg du wirst niemals finden mich auch nicht max guck mal mein stream fabi nicht streams ich komme nicht wieder ich gucke ich habe irgendwas gehört aber bist nicht close gehör dir alle b du bist um scheiße Fabian, wie konntest du mich denn grad nix sehen? Äh? Ja, okay. Fabian, Junge! Oh, oh mein Gott, wie geil! Alter, wie scheiße bist du denn? Ich hab noch so gekostet, aber ich hab nix gesehen! Ja, Tyler findest du eh nicht. Okay. Schnell weg. Hör auf, damit du stehst! Ich kann nicht mehr aufhören! Du Zäubchen! Jetzt gib ihm, Junge, gib's ihm! Dderderde! Hallo, 1, 2, 3, 4, 5! Dderderde! Du bist so schön, du bist so schön. Das ist so behindert, dass du nicht mehr aufhören kann, ne? Junge Fabian, jetzt mach es doch! Gönn ihn dir! Er ist nicht in drinnen, er ist außerhalb! Das ist doch schon... Ah, jetzt auf Max, ne? Fabi durfte mich nicht sehen! Ich war voll netzeltief, Fabian! Er hat mich nie gefunden, Alter! Jetzt muss ich suchen! Oh, Mann, jetzt muss ich suchen! I hate you! I hate you, Mama, no! Wow! Max, weißt du wann du dagegen schießen musst? Hä? Nein, warte, guck mal, guck mich an! Guck mal, nein, guck mal, stell dich mal da hin! Ja, du wusstst genau, wann es los geht! Ja, natürlich! Wenn wir um 30! Was tu hier? Hier ist ne Tür auf! Ich geh farmhouse! Hier ist ne Tür auf, ne? Ja, hier drin, hier drin, hier drin, Max! Farmhouse? Mhm. Bist du hier ab? Ich tanz mit, wow! Häh, lol! Häh, lol! Vorum tanz... Wo ist er? Ja! Ja, ich tanz mit! Ich tanz mit! Look! Du wirst das nicht... Vor allem, wenn waren wir schon nahe gegangen? Ja! Äh, ich hab bis jetzt so'n, den schatten von der bumi warte man mag ist erst in der zweiten etage ich habe die rolle Kannst du mich grü... Kervis, ich grüße dich, Digger. Sei mal leise, Max. Er wird mir da an der Wand irgendwo angezeigt. Fabian, du bist nicht im Haus, oder? Hä? Ja. Ah, save sich. Die Treppe. Digga, du bist halt in der letzten Ecke. Digga, wo bist du denn? Junge... Bist du eigentlich ganz oben? Hä, Fabian! Sind wir gerade in der Nähe? Hm, wenn ihr oben seid? Nee. Okay. Sind wir jetzt in der Nähe, wenn wir zweiter Stock sind? Nee. Wenn wir untergeschossen sind. Hä, er muss aber hier irgendwo sein. Also im Erdgeschoss. Warte mal. Fiegt überhaupt zu viel. Warte mal. Fiegt überhaupt zu viel. Ja, er ist hier. Er ist hier irgendwo. Irgendwo muss er hier sein. Digga, Fabian, wo bist du? Warte mal, Max. Er ist ja nicht unter der Treppe, oder? Nein. Ich weiß was, was ich mir sagen. Nee. Junge! Oh. Wow. Oh. 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 Hier ist der Teil irgendwo da. Aber der ist ja nur die Denise. Papi bist du groß oder klein. Klein. Hm. Junge, das gibt's doch nicht. Hä? Easy geworden, Alter. Wo warst du, Digga? Wo warst du? Zeig. Zeig. Ich war gestirbt, da ist schon. Ich bin denkst. Seid ihr? Ich darf suchen. Ich zeig dir gleich, ich zeig dir mal kurz, wie ich versteck. Mann, ich will das auch wissen. Warte, Fabian. Hä? Wie jetzt? Zeig, Fabian, zeig. Und dann hier hin. What the fuck? Junge, ich hab hier alles hingeworfen. Wo seid ihr? Scheiße. Alter, ist das Spinner, Digga. Hallo. Ich hab richtig geil gejoked. Ich hab richtig geil gejoked, Fabi. Scheiße, ich war da nicht nur geil gesteckt. Alter, ne, ich back hier drin. Oh, kacke, Digga. Herr Ghostit. Jetzt hör auf mit der Scheiße, alter. Scheiße. Tschüss, Fabian. Digga, ohne das war immer noch, aber. Digga, du fühlst dich am liebens. Fabian, guck mal bitte, wo ich bin. 100 Euro, ich finde dich, Max. 100 Euro drauf. Nein, nein, nein. Nein, 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 lass mal. Sicher? Ah ja. Ah ja. Hi, ein, zwei, drei, vier, fünf. Willkommen im Stream, lassen abo da lassen. Der war, ich bin bei mir auch schon. Der soll jetzt, wir kommen, hallo? Oh, der ist bei dir am Stream. Auch. Bin ich auch so, dass ich bin, bis weit war. Nein, ich war. Nein, der war eben bei mir im Stream. Der hat im Chat geschickt. Ja, wenn ich ein Apfel bin, ne? Den suche ich mit Fabian, ja. All Sven, such dir beide jetzt mich, oder was? Ja. Okay, Streamsman hat man nicht erlaubt, Kammer. Streamsman hat man nicht erlaubt. Ey, das muss Streamsman. Mann, nein, das ist eh unfair. Und jetzt kommt ihr schon, alter, ja, moin. Digga, ich hab die ganze Zeit diesen Sound von dem Fallschirm. Fallschirm. Ich hab ja doch gerade etwas zu laufen sehen. Digga, ich hab die ganze Zeit den Sound, als wäre ich gerade aus dem Flugzeug ausgesprungen. Digga, Fabian, du hast mich ernsthaft nicht gesehen. Ja, du bist hier bei den Reifen. Ist doch der Pugibomb. Ja, du bist hier bei den Reifen. Ich bin circa, ich bin so gut wie unsichtbar. Er ist hier hinter. Fabian stand halt schon auf mir. Wie geht's denn, Leute? Habt ihr auch die ganze Zeit diesen Sound? Ich bin nicht genau so schlecht. Ich hab keiner schon wieder gefunden. Ich hab aber festgestellt. Ich habe confidence geALLEN. Ich werde из dem GeBar Earthen machen. Ich werde fast mit 허� excitingen Geisterißen nehmen. Mann, das gibt's doch nicht. Wo bist du denn? Weg, 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 weg. Er ist irgendein Kackkopf, ey. Wo ist er? Du hast ja immer gesagt, ohne abhauen, das macht er, er haut ab. Ja, nein, lass einfach mit abhauen machen. Ja, genau. Weil ich bin halt so klein, das ist halt auch noch schwer zu treffen. Er ist irgendwo rausgelaufen, ey. Die Jüde, du, du, du. Sven, hä? Du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, ich hab dich da gesehen. Digga, mag ich klatsch, der ist mal auf unnötig? Ich hab dich gesehen und wollte ich dann eher so verarschen. Oh, ich muss schon wieder suchen. Ich darf mich schon wieder verstecken, danke dafür, Mann. Ich hab jetzt vergessen, du hast den Apfel gehabt, Mann. Du hast den Apfel vom Herzen. Hm, hier, komm mal. Loll, Digga. Komm, ey. Hey, Fabi, warte mal, guck dir mal den Trick hier an. Loll, Digga. Du kannst damit einfach überall hin gefühlt. Äh, huuuh. Safe, Max ist grad am Stream zu halten. Ah, Max ist schon draußen, oder? Seid ihr jetzt bei den Äppel? Kann sein. Ein, Max ist grad in dieser Scheune da, wo es ganz viel Marmeladengläser gibt. Warte, ich markier mal. Er tanzt erst mal, Alter. Max, wie ist schon ein Pharma-Haus? Alter, jetzt, Fabi, guck mal an meinem Stream, Digga. Das sieht man doch nicht, oder? Ja. Ich hab'n 300 Guck-Versteck, Alter. Wenn er das findet... Ja, wenn er mich findet, ist das schon krass, Alter. Ja, ja, schon. Ha! Seit wenigstens, welches Haus ihr seid, Alter. Gar keins. Fabi, ich bin ja in dem Haus, wo du bist. Ach komm, du bist ein Äppel. Nee. Wenn ich nicht, ich bin natürlich ein... Digga, Fabi, guck noch mal! Mann, jetzt muss ich den Stream wieder anmachen, ey. Guck mal. Digga, wo seid ihr? Man kann mich nicht sehen, Max, ich bin nur unsichtbar. Guck. Siehst du's? Ach Digga, ich guck jetzt einfach zu groß und versuchteile zu holen. Das wirst du nicht schaffen. Nur wenn du Stream snipest. Junge... Junge... Ich... Werf hier einfach permanent hin und her. Hier vielleicht so schön Dinosaurier... Hier, teile deine Familie! Oh! Wenn er mich findet, weiß er das nur wegen Stream snipen. Warum? Das kann man nicht finden, auch nicht, wenn du es hörst. Ist Fabian auf dem Dach? Ich bin auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden? Ja. Von Max, wenn du selbst auf... Wenn du auf mir stehst, kannst du das nicht bemerken. Auf dich stehe. Ja, äh... Ja, meins ist einfach, Digga, das ist ein Legendenversteck Nummer 1, Alter. Max, ich bin so auf Höhe 2, Höhe 3, genau da... Dazwischen so auf der Höhe bin ich ungefähr. Wo bist du? Ich pfeife extra. Ja, aber als Apfel kann man sich wirklich schnell verstecken wieder, Alter. Von wenn du so ein Baum oder so bist, ne? Magst du erst unten, ganz unten, das ist ein Tipp, Digga. Und er ist so... Ich hab mich bewegt, ich hab mich so bewegt. Digga war das dumm. Hey, das ist bestimmt wegen so einer Statue, die hier auf seinem... Die auf dem Dachboden... Ja, selbst wenn ich ihm sage, wo ich drauf bin, ne? Würde er das nicht finden können, Digga. Ah, du bist wo drauf? Okay, du bist wo drauf. Wir haben hier einmal die Windmühle. Auf dem Baum kann man auch raus, ne? Und die Bäume natürlich. Okay, den Windmühle ab. Ähm, mag ich dazu zählen, auch wenn ich auf einer Pflanze oder so eine Statue stehe, ne? Aber Fabian, ich soll die Windmühlen abzunehmen. Okay, ich gucke. Ich gehe dazu. Der Schieß aber nicht random, Digga. Ist er da? Schade, dass du zu spät schießt. Digga, wo bin ich schießt? Scheiße, wo war ich zu? Auf dem Windrad drauf. Ach, Digga. Vor allem guck mal, wie magst du... Lass mal ohne den Versteck machen, weil das zu krass, Digga. Ohne den Versteck... Zeig, 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 zeig. Ja, ich und Fabian müssen suchen. Oh, Digga, jetzt muss ich wieder alleine. Vor allem den Apfel her. Ach, Mann. Ich komme, Max. Jetzt schon? Warum nicht, ne? Fabi? Schuss trägt wieder? Guck den Stream zu. Er ist irgendwo im Pharma-Haus, glaube ich. Ja, er ist draußen. Ja, er ist hier irgendwo draußen. Aber das war richtig schlau. Ja, er ist draußen, Digga. Weißt du was? fabi hat so gestreams nein ich habe ihn vielleicht gehört dann laufe ich so dann höre ich richtig laut ab zum apfel zum apfel farby zum apfel ja ich mag daher mich und fragen die auch immer den apfel von farby denkt halt das schon um 40 dieser schuss ich laufe einfach die ganze zeit rum als apfel ja du ich bin fertig ich habe mich hier gesehen 8 bei oh Ich glaube ich fang auch mal an zu tanzen. Ne, mal hier erst mal ab eine Minute. Ich pfeife mal. Okay, dann ist das Max irgendwo. Boah, vor allem dann kannst du dich jetzt mal beeilen. Oh mein Gott. Ich hab das als Streamaufnahme. Er hat sich selber in die Luft gejagt. Voll, er trifft mich halt nicht mal, ne? Ich war so unter ihm, er schießt auf den Boden, er trifft mich nicht, aber jagt sich selber in die Luft. Fabi, Stream mal bitte. Ich möchte Streamsnipe. Also ich Streamsnipe ja nicht, ne? Komm, soll ich euch mal einen Lifehack zeigen? Ja, ganz, ganz gerne. Lifehack. Okay, ich Streamsnipe wirklich nicht, ne? Er ist hier in Farmhaus. Ja? Ich glaub schon. Hat sich schon gehört. Oh, Fabi, Digga. Nein, Spaß, das bist du gar nicht, oder? Oh Gott. Er ist safe irgendwo Obergrätsage. Ja, Max, er wird mich hier ein bisschen rechts angezeigt, glaub ich. Er ist, er ist bei mir hier irgendwo. Jetzt guck ich mal bei Thailand so. Fabi, aber du, hallo, wie geht's? Gut dir. Wie geht's dir? Fabi, welche Etage? Ich glaube, er ist. Okay, der ist ja doch hier. Ja, erster, dann muss er hier in dem Raum sein. Untere. Untere. Untere Etage. Okay. Also ganz unten. Er ist ja hier drunter. Hey, er wird mich hier angezeigt, aber da ist er halt nicht, ne? Will hier irgendwer noch mitspielen, kann ich mitspielen? Ja, darfst du. Oh, wo ist denn der Typ? Einfach beitreten. Nase mal der Typ. Ist mal der Typ. sang mal leise. Hinter uns, Max! Er muss hier irgendwo sein. Hier links. Hier links, hier links, hier. dann muss er entweder hier hinter irgendwo sein aber du bist doch im haus ne fabi ja ich bin im haus wenn ich auch ganz unten ja habe ich habe schon mal an die vorbeigeschossen ganz knapp oder ich warte jetzt hier warte max einmal leise er muss hier irgendwo sein hier vorne herr fabi aber du bist nicht im haus oder ich bin im haus hier war es ja irgendwie schon ziemlich nah aber wieder bin ich tot oder nicht solch abdrücken max ja als er es dann nicht erst wenn ich mag es da erst im anderen raum ich bin schon hier wo max war also bei den kartons was ja da bin ich irgendwo auf dem auf dem gerüst gleich safe keine chance die gewollt ich bin ich noch mal alleine wie alleine max kommt man mit weiß nicht ob das geht geht als pflanze oder so auch hänge gleiter nähe oder ich bin ganz geil ich habe zwar ich habe jetzt einen kleinen gegen schluss genommen es ist nicht so schwer mach ich bin weil sie nicht richtig du siehst das so auf der karte ist doch so unnötig ich gehe extra runter davon weil wir gesagt haben das versteck was ich habe es zu und op die gefällt zeit nicht mal auf ne max er weiß was du das bist bestimmt ach du sagst ja kam an der schweiler heißt ja tremex oder was ja weil da ist doch schlechter dann sind ich will mich noch ich möchte noch mal ich muss das mit max wir haben wir uns alles zusammen geschrieben ja alles zusammen alle die ein heck sehen wollen hier er ist hier drin macht schon wieder hier drin der ja die ganze eigentlich freunde st 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 Mann, ich hab keinen Bock mehr. Magst du nimm mal einen Bow? Lad mal nach. Also schieß mal. Und zieh mal auf mich jetzt. Und drück ab. Guck mal was geht, Max. Tschüss, Fabi. Ich wusste, wo du warst, ne? In Fortnite heißt er, ich kenne Justin41. Aha. Das ist schön. Oh, ja. Fabi muss sich auch verstecken. Ey, ich mich auch. Ich hab nicht getroffen, Digga. Wie beende ich nochmal meins? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich möchte meins beenden, Digga. Mann, Digga, mach das mal aus. Digga, das ist doch... Wie soll ich dir aus, ne? Tschüss. Tschüss. Ah, ja. Digga, ich kann mein Versteck nicht mehr beenden, ne? Volver Allzentrum. Was wollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht, wollen wir Kreativ-Sniper-Map oder so? Oder irgendein Parcours? Was? Okay. Du bist vollen Parmippel gesucht, ja. Du. 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 Wechsel mal Team. fabi nicht in hütten kämpfen nur die waffen die da sind und nicht in hütten reinschießen geben ein lobby und im kill warte mal ganz kurz hab jetzt schon warte ganz kurz fabian bitte hier geht weiter fabi soll ich mal alles explodieren lassen das war ein no scope digger machen wir mit spickpacken? natürlich aber ohne pumpen ruf also nur durch sprain damit headshot bitch warte can justin wir join quitten gleich raus eben noch ein kill irgendwie nicht ich habe dich dreimal ohne zu sterben geholt hä? lol? hä wie ist denn das jetzt beendet? hä? lol was war denn das gerade? kann justin wechsel mal in team 3 oder fabi welches team bist du? kannst du uns töten? alter man hör doch mal auf! digga wie soll ich denn jetzt das team wieder ausmachen digga alter du hast gesagt komm mal spiel chat ok spiel chat hallo wechsel mal in team 3 hallo? ja hallo ja ich bin der john hirsten ja ich weiß ja im team 3 okay ehre man ey ich halte deine video so hart ne? ahja fabi? ey warum kann ich eigentlich keine dinge zu? ich bin hier keine piste gerade weil ich das spiel noch nicht gestartet habe wir machen es so warte in diesen boxen man darf immer nur eine truhe und eine die waffen haben ne? man darf nicht andere zusammensuchen oder so und man darf nicht in den hütten campen oder drin bleiben und nicht rausschießen aus den hütten und rein schießen komm mal rüber wie viele waffen dürfen wir benutzen? warte mal fabi das bin ich ja ich weiß warte bis du herkommst drehen mal das bin ich wenn du gerade auf mich ziehst ne? ja du hast mich gefragt welche waffen du bist komm digga ich jag alles in die luft da kann ich auch drei jagen gehen nein das mein ich ja damit komm spitzacken duel ich kann nicht schießen digga ich hab schon gedacht ich konnte schießen hä? ich hab schon gedacht ich konnte schießen hä? das hat deine... ach so ja das ist ja ganz... eigentlich deine waffen ja hab ich komm schon mal ich hab ganz viele maps ich hab ganz viele maps oh digga ich guck ich guck ich guck das fiel deine ähm viel zu so aber ich hab jetzt noch nicht gesehen die ab und nicht aufgefahren 227 oder so das war's mein buch du bist du bist hey ich hab dich nur getroffen der andere hat dich gar nicht getroffen was? du bist so ein noob alter wenn digga er schreibt den chat du bist so ein noob ne von was ist aber sein problem er schreibt noob nub wer denn irgendeiner ne ja dieser äh THI j oder so oh digga ich kenn den nächste aber gönn dir digga für ihn als zurück in die lobby ooo digga der war krass digga im fallen ich muss lachen digga ich muss lachen digga digga Fabi digga 積 tchüss digga ich f΄ Shirv die digga obscure fuinst das ist doch ich habe neuen kills und ihr warte 0 und einer und niedlich komm mal hoch hier aber ich bin irgendwie verschlecht geworden der andere hat 95 leben soll ich dich mal ob sie herr fabi digga trickshot an fabian er war sowas von close ich habe jana zum leben was ist Ich hab dich gebunden. Ich stelle dich ja verletzt. Warte mal. Ey, du da? Ey, doch nicht gut. Gut, gut. Ey, ich weiß nicht, dass dieses Spiels war eigentlich nicht. Ende Season 3. Okay. Ich bin Season 4. Wenn du bist so ein kleiner Muck und Zelda mit Eisklasse, kann ich reinkommen. Freundschaftsanfrage schicken. Komm mit dein 20 Leben her. Nein. Ey, nein. Wem darf ich einen Headshot geben? Och, Digga, nö. Schnell weg, Digga. Ah. Ja, moin, Alter. Digga. Ich hab... Ich geb ihm zweimal 90er Headshot ein. Ihr habt 5 Kills zusammen. Was bin ich? Ich bin einfach nicht gut. Digga, ich könnte es laufen. Was ist das? Nein. Ich hab grad ne Abo an... Ey, ich hab grad ne Anfrage vom Trainer vom anderen Fußballverein bekommen. Was? Oh, Fabi hat noch nackgeladene A-Digga. Das war so behindert, ne? Ich bende jetzt meinen Stream. Haut rein, Jungs. Und ciao, ciao, ne? Jan? Wuu...